Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Skarum Legando Edition Ja Da sind wir auch gleich Wir haben ja nur den kleinen Abstecher gemacht in der letzten Folge Wir werden jetzt immer noch das Schwert des Roten Ablass finden Und wir haben eine sehr hohe Tragelast Das heißt, ist das hier ein markierter Ort? Das ist ein markierter Ort Das heißt, wir können noch Ruhe, Stadt und Sachen verkaufen Falls sie schon wieder Geld haben Und wir können reich werden, reich werden, reich werden Ahhhh Das ist doch schön So Ach, hier ist auch schon hell Vorher immer noch Das ist auch besonders schön Es ist hell Es ist fast schon Tag Aber immer noch des Sternhemmels zu sehen und zu so einer Wolkendecke Der Vater wollte, dass ich in seine Fußstoffen als Jäger trete Aber ich hatte mir höhere Ziele gestellt Ich habe wieder wieder beklagt Ich brauche einen Shop Ich brauche einen Shop, den es hier in Rohextrater scheinlich gibt Ähm Ich würde sagen, nach Weichlauf Nachdem wir ja jetzt alles überall verkaufen können Ist auch Weichlauf ganz schön Ladezeiten Ladezeiten sind in allen Spielen schlimm Oha Fühlt ihr euch krank? Nein Ich habe hier die besten Waffen und Rüstungen Sehr gut Erstmal Waffen verkaufen Erstmal Waffen verkaufen Erstmal Gewicht her Das Schlimmste Eben Erzachs Ich habe 22 Ok Macht 17 Ein Oh ne Schaden 42 Macht 2 Ende Ok Auf dem Mond des Donnerkeils Geh auch nicht Ja Serviet Gesundheitspunkte Oh ja auch nicht Achso Aber die Spitzsacke Die Katzen nehmen Ok Und rein Ja Hatt ich vor Eine Dame Andrian Hatt ich vor Ich denke Unterhalten sich die Leute ganz wild Wollt ihr euch schützen Oder Schaden austeilen Ich? Ach ich will eigentlich Ich will nicht mehr leben So Äh Bop 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 Der Ring Der Ring Die Handschuhe Dieses Gift hier Hat doch der Na Falscher Trank Zaubert Dank der starken Magikette will ich doch haben Äh Zutaten 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 Dornen Heretz Ok Bücher Ok Da hab ich eins doppelt Das ist natürlich auch super Altist Rubin Sophia Ok Veredelter Mondstein Hat der Sachen die ich vielleicht brauche Ähm Doch hier Eisenbarren Lederstreifen Und Stahl Da hat er natürlich nicht Ja super Hat der Dietrich hier Nein Hat gar nichts ne West Achso das ist ein Pfeiler Ich hab mich schon gerade gewundert Bei Bekleidung Ich hab aber nichts besonderes ne Ähm Irgendein Irgendein höherer Schaden Oh Ist doch regeneriert sich nichts besonderes Ok Es ist schön mit euch Geschäfte zu machen Ja freut mich auch Kennt ihr meinen Vater? Nein Er ist der Vogt oben in der Drachenfächte Nein Sooo Und Jetzt können wir ja schon hier auch ein Verkauf Meine Güte Ja Ja Ich Ne Loch Zauber Sophia genau Ja mir war es auch eine Freude dir Sachen zu verkaufen Dass du mir Geld gibst Die für habe ich jetzt sechs sieben tausend fast wieder Jetzt müssen wir wieder die Bücher nachgucken habe ich jetzt wieder Bücher dabei, die ich unbedingt brauche so Briefe oder so der Spiegel kann ich eigentlich alles ablegen oh Gott, das Kind wieder will will was von mir ich sehe, dass solche schon kommen so und gucken was wir wieder doppelt haben es geht ja relativ schnell immer das sieht von Pelinal haben wir, oh Band 1 haben wir noch nicht aber wir haben 2 wir haben 3,5,5,6,7,8 so Argonische Bericht, Band 1 2 haben wir auch nicht ich meine, vielleicht gibt es ja auch von manchen keine 1,2,3,4,5 die Bücher haben wir alle, okay oh, ein Übermaßendieben das haben wir auch Paper Memore 1,2,3,4 wir haben echt schon ganze Bände hier drin ist Ingold und die Meeresgeist, okay ist, ist das euer Haustier, Papa sieht ganz schön furchterregend aus das ist ein Hase mein Kind ganz schön gemein äh, warte, was was dieser Hase verfolgt uns ne der Hase hat mir jetzt echt also gefolgt also das ist also okay der hat bestimmt die Gegner getötet alle Reihe an Reihe alle umgebracht was mir jetzt drauf fehlt es gibt kaum welche von diesen englischen Charakteren hier in Weißlauf achso, der ist nicht viel wert aber ähm Argus ähm, hallo was passt denn da vorher nein, achas nicht danke hier genauso so, wie viel habe ich jetzt wieder in Wetter 108, das passt perfekt dann kann er ja wieder da hin Soljungsgrube das war aber auch viel Geld was der uns gegeben hat ne 1500 oder so bin ich echt glücklich das gemacht zu haben das war ja nicht so schwer so ist das Ende war ja total einfach das war ja nur ein höhere traukere Tode führst einer der erst mit weitaus höherem Level eigentlich kommt glaube ich meine ich mich erinnert zu haben so ach ja, da waren wir ja schon mal ja, 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 genau ich sollte vielleicht mal ne, nicht Feuerball sondern Fireball der Feuerblitz der ist okay was haben wir da unten wieso sind das Feinde was ist das eine Hexe okay kenne ich den Ort nicht irgendwoher ich kenne den Ort irgendwoher immer diese Leute die nicht mitdenken dass ich auch einen Zweihänder besitze die denken dann aber ja das oi 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 warte mal Schlag auf 50 äh Zerstörung auf ach so 55 ah oh oh nein, das ist Zerstörung haha äh zwei Hände meine ich doch ist sogar da auf 50 gegangen hier zwei Hände nicht angreif mir zwei Hände aber eine höhere Chance kriegst aber nutze ich nicht äh ähm das habe ich schon mit Streit kriegst den nutze ich nicht was ist hier eigentlich das unter oh von hundert äh von hinten das okay aus dem Stand im Sprint oh was ist da besser also da könnte ich echt ein nehmen aber meistens habe ich die echt aus dem Stand ja ich denke mal das wird sich eher lohnen mh und ist das aber die haben kaum Gewicht ich könnte aber wieder hier hoch ah da war die Kiste Truhe oi gewinnige Seenstein 2 nachzüchten den Ring Weizen Säbezahn blaue Bergblume und Weizen wie hier ist Kampf ich wollte mir doch einen verarschen wo ist denn hier ein Kampf bitteschön ja wo wo echt Leute da hinten ich wollte mir doch wohl einen veräppeln ey das ist unglaublich äh 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 ich würde da hinten jetzt irgendwelche wow okay das okay das Okay, ich bin So 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 Ich möchte euch hier wieder Beschwören wir mal was Feuerdrunnen Zum Beispiel Und Eine Seelenvolle Ich weiß, ich habe einen leeren Nein, nein, nein Nicht genug mag Nicht genug mag Ah, ich kenne den Ort Ja, 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 hier habe ich schon mal gekämpft Abgeschworene Okay, ich dachte, die kommen schwerer Bis später Nicht schwerer Ja, ja, genau, es waren Abgeschworene hier So Und jetzt kann ich nämlich Genüge damit tun Jetzt kämpfen Wow Abgeschworene, was waren die nochmal? Oh Oh Ja, da wurde ich gleichzeitig von einem Pfeil getroffen Da konnte ich dann Habe ich im Kampf gespeichert? Mache ich eigentlich immer Ich habe nicht im Kampf gespeichert Ach, gucke mal Ähm Laufen wir hier hoch Ne, oder sind wir das beim letzten Mal hoch? Kann ich mir gar nicht vorstellen Dass wir hier hochgelaufen sind Wo kann ich sein Dass wir hier waren? Ja, das ist auch ein bisschen Ne, hier waren wir nicht Hier waren wir nicht Oh, das ist ein schöner Ausblick Okay Ist aber schon Auto safe Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Hier ist Eine Tor Ähm Okay Kann ich jetzt auch gerade nicht Darauf antworten Was haben wir denn hier? Ah, Silber Okay Silber, Silber, Silber Rotadler Das ist jetzt gerade ein bisschen Merkwürdig Erst treffen wir diese Abgeschwungenen Die eigentlich viel später Im Spiel erst kommen Wo ich jetzt aber gerade echt nicht weiß Was die für eine Rolle spielen Ähm Hi Ja, weiß ich euch auch Habe ich gerade eine Kräfte Nein, aktive Kräfte Rum Rüttel Ich habe natürlich keinen Gesonderheitstrank dabei Naja Ähm Unglaublich What Agileys sind Ja, das geht auch Abgeschworene Ich habe jetzt echt nicht mitgerechnet Merkwürdig, merkwürdig Ich habe ein ganz kaffes Merkwürdig Der ganze Ohr ist ja jetzt nicht mehr da Auch plötzlich Meine Freunde Ah, meine Freunde sind da Es sieht irgendwie nicht so gefährlich aus Würde ich jetzt so behaupten Okay Irgendwas ist hier Irgendjemand Zumindest Ähm Das sind doch hier diese Dinger Dinger Wer heißen sie Oh, achso Wurzel Irgendjemand Wurzel Aber ich bin schön hell So, äh Abgeschworene Max Ach, guck mal Verfolgt uns jetzt wieder so ein Hase Roger Muss das denn sein Abgeschworener Aber die Rüstung ist aber auch viel wert Haltet die Augen offen Mir gefällt dieser auch nicht Mir auch nicht Aeda Mir auch nicht Aha Keine Sorge Keine Sorge Oh, da kann ich ja mal kurz die Wiederherstellung So Fireball Ich liebe Oh Zwei Hand Waffen Oh, hallo 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 Was war denn jetzt Ich konnte ihn nicht schlagen Echt Sack Woll So Und Heilen Wie er schon verbessert Granatstein Granatstein Makulose Granatstein Sogar Sehr schön Oh Ich blöde Ich blöde das mal kurz um IK Ich gehe mit meiner Laterne So und als nächstes Machen wir einen Cut Bis zur nächsten Folge Und tschüss Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Vielen Dank.